Kiki, es tut mir leid. Es tut mir leid, was passiert ist. Und wie es passiert ist. Ich wünschte, es wäre alles anders gekommen. Wir kennen uns echt lange und haben schon so viel zusammen durchgemacht. Und du hast mich immer bei allem unterstützt. Ohne dich hätte ich mich wahrscheinlich nicht mal getraut zu studieren. Dabei war das Informatikstudium genau das Richtige für mich. Es hat mich fasziniert, in einer künstlichen Intelligenz mitzuarbeiten. Das Jobangebot von Humane war meine große Chance. Guten Morgen, Lea. Du hast heute unruhig geschlafen. Versuch's mit Lavendel-Tee. Der hilft in drei von vier Fällen besser zu schlafen. Hab ich noch Tee da? Ja. Zwei Kapseln sind noch da. Ich schreibe es dir schon einmal auf den Einkaufszettel. Alles gleich. Ich hab alles. Alles Liebe zum Geburtstag, Lea. Guten Morgen. Aufstehen. Kannst du das fassen? Die schmeißen uns echt alle raus. Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Hm. Ist das alles? Ich muss gehen. Schmisch. Schon. Ich kann mich nicht lieber auf den Weg messyen, Ach, Scheiße. Nichts. Nichts. Keiner braucht mehr Programmierhaltung. Hast du aufgetrunken? Ja. Wie viel soll das? Oliga! Ja, sei doch nicht so ein Spitzer. Fehlt was. Hey! Na los, rein mit dir. Ganz ehrlich Lea, die werden es noch bereuen nicht, die Feuer zu haben. Diese AIs können doch auch nicht alles machen. Wenn ich mal darüber rede. Ja. 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 Ja, siehst du. Dann kannst du auch rausgehen. Komm. 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 Aber überleg mal. Humane hat an nur einem Tag über 30.000 Leute entlassen. Denen ist jetzt genauso wie für dir. Und warum? Einfach nur um noch mehr Profit einzustreichen. Um noch mehr. Um noch mehr Macht zu bekommen. Und was machst du? Was machen wir? Wir müssen dir nochmal zeigen, dass sowas nicht klar geht. Wir müssen zeigen, dass man mit solchen Taten nicht ungestraft davon kommen kann. Im Bürorand allein wird Humane auch nicht schwächen. Ja. Jetzt kommst du ja auch ins Spiel. Ich dachte schon, bist du da was dran. Sagen wir so, Humane ist nicht so sicher, wie sie denken. Siehst du, ich wusste es. Also, wie ist der Plan? Du bringst uns rein und ich mache schon best. Hey. Hey. Okay. Let's go. Let's go. Hey. Das ist ein Haufen. Ich muss noch mal in den anderen Rechner oben. Wenn ich dir Bescheid sage, drückst du einfach nur Enter. Sollte nicht lange dauern, halte ich bereit. Oh meinst du. 30.000 Fights in one day and more to come. We lost our humanity. 30.000 Fights in one day and more to come. We lost our humanity. Nice try, Aenea. Heki, raus aus dem Raum. Was ist los? Heki! Heki! Leo! Heki! Leo! Heki! Leo! Heki! 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 Toe! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020